hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns an welche praktischen möglichkeiten es gibt um ein tabular modell zu verarbeiten bevor wir loslegen können bitte ich euch diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den wissenstransfer im bereich business intelligence und data warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los eine häufig gestellte frage ist welche möglichkeiten gibt es um ein tabular modell zu verarbeiten und mit neuen daten zu befüllen dazu möchte ich eingangs mit der einfachsten variante beginnen und zwar direkt im microsoft sql server management studio und zwar habe ich darin eine ein tabular modell und zwar die adventure works datenbank um nun ein datenmodell zu verarbeiten kann ich auf dieser adventure works datenbank mit einem rechtsklick in das menü process databases gehen und habe dann die möglichkeit diese datenbank in unterschiedlichen modes zu verarbeiten da gibt es eben die default oder die standardeinstellung oder voll clear und recall jeder dieser optionen ist mit einer beschreibung darunter erklärt möchten wir nun die gesamten daten für dieses daten oder lan dann wählen wir process voll aus und es werden sowohl die fakten tabellen als auch die dimensionstabellen mit neuen daten vollständig geladen nachdem nun die verarbeitung vollständig erfolgreich durchgeführt worden ist erscheint dieser haken ich kann nun dieses fenster schließen und wiederum mit einem rechtsklick auf die einstellungen nachsehen wann sozusagen die letzte aktualisierung durchgeführt worden ist und wie man sieht ist es genau dieser zeitstempel es gibt nun neben dieser variante auch noch eine variante und zwar in einer skriptform dazu gehe ich wiederum auf process databases wähle die variante aus prozessvoll und habe in diesem menü und das skript die möglichkeit ein skript zu erstellen welches ich dann ausführte um das datenmail zu verarbeiten hier gibt es unterschiedliche variante ich möchte nun für diesen abschnitt dieses skript in ein eigenes abfragefenster erstellen lassen und das sieht nun wie folgt aus es handelt sich dabei um ein xmla skript und kann das auch im sql server management studio ausführen und wie man sieht werden dann letztlich die verarbeitung gestartet und ist auch hier erfolgreich durchgeführt diese beiden varianten kann ich sozusagen im sql server management studio durchführen und kommen wir nun zur nächsten variante und zwar im zuge eines integration service pakets ich habe nun ein integration service paket erstellt und habe darin die möglichkeit auch die verarbeitung eines datenmodells eines tabellar datenmodells zu erstellen und zwar wechsel ich nun in die toolbox und darin gibt es nun einen baustein und zwar die analysis services verarbeitungstasks ich wähle diesen aus muss zuvor noch einen verbindungs datei erstellen und zwar eine neue analysis services verbindung diese habe ich bereits erstellt und sieht wie folgt aus ich gebe sozusagen den server name an und die entsprechende authentifizierung sowie den ursprungs katalog nachdem ich das gemacht habe kann ich nun diesen baustein mit dieser verbindung verbinden und habe die möglichkeit nun das datenmodell auszuwählen ich habe hier die möglichkeit nun das datenmodell als gesamtes zu verarbeiten oder auch nur auch nur einzelne dimensionen oder partitionen in diesem fall möchte ich die gesamte datenbank auswählen und bestätigen mit ok ich kann anschließend noch angeben ob diese vollständig verarbeitet werden soll die fall ja und des weiteren gibt es noch möglichkeiten die verarbeitung parallel oder sequentiell zu starten wenn ich nun die optionen eingestellt habe bestätigt mit ok und kann nur dieses datenpaket starten wie man sieht ist auch hier das datenmodell nun neu verarbeitet es gibt nun neben der analysis services verarbeitung task baustein auch noch einen weiteren baustein und zwar wechseln wir wieder zurück in die ss ist toolbox und darin befindet sich auch ein task der sich wie folgt nennt einen kurzen moment und zwar die analysis services task ddl ausführen diese kann uns helfen anhand eines skriptes welches wir vorhin erstellt haben ebenfalls das datenmodell zu verarbeiten ich wechsle nun zurück in den in die komponente gebe nun die entsprechende verbindung an und gebe an dass es sich um eine direkteingabe des skriptes handelt dieses kann ich nun hier eingeben ich wechsle zurück in das management studio um das entsprechende xml a skript in den baustein zu kopieren und einzufügen bestätigen mit ok und kann nun diesen task starten und auch hier lässt sich nun die datenmodell verarbeitung erfolgreich ausführen zu guter letzt gibt es noch eine variante über den sql server agent job und zwar kann ich mit diesen auch einen datenmodell verarbeitung starten dazu wechseln wir zurück in das sql server management studio und wechsle auf die datenbank bzw auf den sql server dann befindet sich der sql server agent und ich kann darin sozusagen eine aufgabe einen neuen job anlegen der sich beispiel beispielsweise nennt verarbeitung vom datenmodell und kann das nun anhand eines schrittes dezidiert angeben und zwar datenmodell anschließend muss ich noch die variante auswählen und zwar handelt es sich dabei um die sql server analysis service command um auch hier wiederum über ein skript die verarbeitung auszuführen ich gebe noch den server an localhost und füge auch hier wiederum dieses skript ein bestätigen mit ok auch hier ich kann auch die verarbeitung über den agent job über einen zeitplan steuern das lasse ich nun der einfachheit salber außen vor und sehe nun dass ein neuer job angelegt worden ist denn ich mit einem rechtsklick start job gestartet habe und dieser führt nun im hintergrund dieses skript aus und wie auch hier zu sehen ist die verarbeitung erfolgreich durchgeführt ich hoffe ich konnte euch dieses thema näher bringen und euch zeit dabei zu sparen falls erfahrungen dazu habt hinterlassen mir einfach ein kommentar ich versuche euch zu antworten und wünschen mir natürlich wenn ihr auch im nächsten video mit an bord zeit bis dahin alles gute und viel erfolg